...über statische Code-Analyse. Ich freue mich, dass so viele Leute hier erschienen sind. Ich arbeite an einer Fachhochschule in Österreich, wie man vielleicht auch am Dialekt merkt. Komm, perfekt. Und ja, statische Code-Analyse, wo ist der Fehler in meinem Programm? Ist der Untertitel? Da gleich einmal in die Runde gefragt, wer programmiert selber? Wer programmiert selber beim Open-Source-Projekt irgendwie mit? Gut, und welche Programmiersprachen werden da ungefähr verwendet? Mehrere Sprachen. Ja, mehrere ist klar. Aber Java habe ich jetzt nicht im Programm, aber Perl, C, BHP etc. Das können wir abdecken. Ich glaube, noch BHP und SQL benutzt du noch CSS? Mhm, kommt auch noch vor. Also SQL leider nicht, aber da kann ich auch nur einen Hinweis geben. Ja, Ziel ist, wir wollen guten Code herausbekommen. Ich habe da zu Beginn einen Comic von XQCD genommen. Guter Code ist da unten. Und da oben starten wir das Projekt. Ja, die Frage ist, wie kommt man da hin? Entweder man programmiert langsam, also man programmiert gut oder schnell. Und in beiden Fällen, ja, man schmeißt das Ding am Schluss weg und guter Code kommt eigentlich nie heraus. Was ist statische Code-Analyse? Statische Code-Analyse, wir haben einen Quellcode vor uns. Wir analysieren ihn durch Inspektion des Quellcodes. Wir führen das Programm nicht aus. Das gibt es auch. Das nennt sich dann zum Beispiel dynamische Code-Analyse, weil Grint, da wird das Programm in einer Art virtuellen Maschine ausgeführt. Und dadurch werden Fehler gesucht und hoffentlich auch gefunden. Das ist hier nicht unser Ziel. Wir machen Whitebox-Testen. Das heißt, wir haben Zugriff auf den Quellcode. Wir machen nicht einen Test, in dem wir einfach möglicherweise fehlerhaften Input in das Programm reinfüttern und schauen, wie es darauf reagiert. Das heißt, wir wissen, wie das Programm programmiert ist und machen nicht eine Blackbox, wo wir irgendwas reinfüttern und schauen, stürzt das ab oder stürzt das nicht ab. Und der Urvater der Programme ist Lint. Das wurde 1979 entwickelt, eben um Fehler in C-Programmen zu finden. Gleich ein Hinweis dazu. In der aktuellen IX ist ein Artikel dazu, ein kritischer Blick auf statische Code-Analyse-Verfahren unter dem Untertitel Kaffeesatzleserei. Ist irgendwie jetzt erschienen, sehr knapp vor meinem Vortrag. Ich habe es durchgeschaut. Es geht da eher darum, erst einmal um Closed-Doors-Anwendungen. Die Haupt-Code-Beispiele sind SAP. Und es geht darum, wie bekommt man da eine SQL-Injection oder was kann man da im Prinzip machen, dass sowas nicht vorkommt, wenn jemand quasi Code böswillig ins Programm irgendwie einbaut. Das ist jetzt hier nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache bei meinem Vortrag ist ja, wie kann ich zufällig eingebaute Fehler finden und wieder ausbauen, wenn jemand böswillig im Projekt irgendwas einbaut. Ja, der schafft es immer, meines Erachtens. Also Code-Analyse, es hilft nicht dagegen, dass man sagt, hoppala, wir wehren uns gegen Contributor im Projekt, die böswillig sind. Aber es hilft halt gegen zufällige Fehler. Schauen wir uns mal so ein kurzes C-Programm an. Und ich habe das hier auch auf der Konsole. Also ich habe hier ein C-Programm, Main.C. Und ja, man sieht auch jetzt ohne Code-Analyse-Verfahren, hoppala, gewisse Unsauberkeiten sind drin. Ich beende das Programm und das Programm beendet wird nie ausgegeben. Die Zeile kann ich streichen oder halt vorziehen. Und das ist im Prinzip auch gültiger C-Code, aber nicht das, was ich haben will in der Regel. Aber wir kompilieren das ganze Ding einmal. Standard GCC mit einem Punkt C. Ja, passt. Ich habe ein A.out-File erzeugt. Das kann ich auch ausführen. Es kommt nichts. Es kommt keine Warnung, es kommt kein Pieps, keine Warnung. Na gut, also GCC bietet verschiedene Möglichkeiten an. Minus V-All schaltet alle Warnungen ein, denkt man. Ja, er sagt, hoppala, suggest parenthesis around assignment. Use as true value. Aha, ich soll da irgendwie noch eine Klammer dazu machen. Dann wird das Programm richtig. Hm, dann wird das Programm auch nicht richtig. Aber das ist die Empfehlung, die GCC irgendwie rausgibt. Ich soll da eine zusätzliche Klammer irgendwie einbauen, damit er halt die Warnung nicht mehr ausgibt. Aber nicht, damit das Programm richtig wird. GCC hat irgendwie ein sehr seltsames Verständnis von all, alle Warnungen ausgeben. Es gibt alle und es gibt mehr als alle. Es gibt minus W extra. Ich glaube mit einem kleinen E. Ja, das gibt halt mehr als alle Warnungen aus. Erst einmal die Warnung, die ich vorhin hatte. Ich möge da bitte Klammern hinzufügen. Und anschließend, ja, ich habe einen Parameter angegeben, den ich nicht verwendet habe. Ja, das war es im Prinzip, was GCC mir ausgibt. Schalten wir noch die Warnung an. Minus O3 oder was? Ja. Da sehen wir was. Aber da gibt es noch eine mehr. Ja. Der Code Elimination läuft bei O0 nicht. Deshalb wollte er das drin erfundenlich finden, oder? Ja, vielleicht bin ich jetzt minus O0. Na. Also, GCC kommt nie mehr raus. Also, es gibt da möglicherweise noch diverse andere Flags. Also, das haben wir alles durchprobiert. C-Lang habe ich da noch dabei. Also, den Compiler probieren wir auch noch aus. Min.C. Ja, gut. Also, das ist etwas leserlicher. Wieder erst einmal ein Hinweis. Ich möge da doch bitte noch Klammern hinzufügen, damit die Warnung verschwindet. Aber dann, ich möge da statt dem einfachen Ist-Gleichzeichen der Zuweisung doch bitte Ist-Gleich verwenden für einen Vergleich. Welche Systeme sind die aktuellen? Das ist Ubuntu 1804 oder sowas. 74. Das ist das, was man bei Ubuntu 1804, also LTS, jetzt mit... Ja, aber dieses C ist halt ziemlich am Aufholen. Okay. Die neue Hüfte wird natürlich anders aussehen. Aha, okay. Ja, das ist das, was man mit Upget Install GCC beim Ubuntu halt dazu bekommt. Und ich habe hier noch irgendwie DCC, einen Tiny-C-Compiler. Gibt komplett auch brav, gibt auch nichts aus. Ich habe auch noch irgendwie einen Sun-Compiler. Was? Nein, das ist ein Linux-System. Aber Oracle hat einen C-Compiler, auch nicht nur für Solaris, sondern auch für Linux. Und den kann man auch gratis downloaden und verwenden. Bin, Sun-Developer-Studio heißt das. Bin und... Wie geht das eigentlich, dass man zeitweise gerade so auf dem Windows-System, weil Sun-CC-Compiler... Na, den habe ich mir selbst installiert. Deswegen ist es auch in Opt reingerutscht. Also den kann man sich als Target-Set herunterladen von Sun. Dann, ja, da kommt eine andere Warnung, nämlich, dass das letzte Statement nicht erreicht werden kann. Das Print-11-Programm beendet. Aber ist halt auch nicht, sprich, diese Zeile. Aber die anderen Sachen, ja, ich hätte da irgendwie einen nicht gebrauchten Parameter. Ich habe da einen Fehler eingebaut mit der Zuweisung. Findet ihr auch nicht. Und ich habe noch einen Compiler dazu. Das ist Opt-BGI. Die bieten auch irgendwie eine Community-Version des Compilers an. Das ist ja anführlich ein kommerzieller Compiler. Aber kann man eben auch. B, G, C, C. Also das ist C, C++ und ich glaube vortragen. In Punkt C. Ja, kompiliert auch brav. Gibt auch nichts aus. Also, es ist alles nett. Aber es ist halt irgendwie... Die Eingabe... Syntax-Fehler werden teilweise nicht erkannt. Es ist auch gültiges C, was ich da geschrieben habe. Aber, dass die eine... Hm? Der Java-Compiler sagt gar nichts. Gar nichts. Ja. So Sachen wie nicht genutzt oder so. Ja. Millionen waren schon ja. Also, ja, syntaktisch fehlerhafte Prank-Konstrukte, ja. Es wird erkannt, wenn ich irgendwo ein If mit Doppel-I schreibe, das würde ich erkenne, klarerweise. Aber ansonsten meckert er quasi bei nichts. Es gibt keine lesbaren Fehlermeldungen, Verbesserungsvorschläge. Und, ja, ich habe über Kommandozellenparameter noch diverse Möglichkeiten. Aber, ach so, das ist schon Splint. Splint ist dann eben ein Code-Checker, Entschuldigung, den man programmiert hat, um die Compiler-Schwächen auszugleichen. Wie schaut das aus, wenn ich das mit Splint aufrufe? Kann man sich ganz einfach über apt-get installieren. Ja, was gibt der für Warnungen aus? Der kompiliert das Programm jetzt nicht. Aber der sagt, hoppala. Das Erste, was er gefunden hat, Test-Expression for If, ist ein Assignment-Expression. Also, ich habe eine Zuweisung verwendet, wo eigentlich ein Vergleich sinnvoll wäre. Probably you mean to use ist gleich, ist gleich. Instead of ist gleich. Instead of equal. Ja, wenn ich das nicht meine, dann soll ich bitte, wie die Compiler vorgeschlagen haben, doppelte Klammer verwenden, um die Warnung zu unterdrücken. Unreachable Code. The Code will never be reached on any possible execution. Also, es gibt keine Möglichkeit, diese Zeile auszuführen und eben den AKV-Parameter, der wird auch nicht verwendet. Und auch gleich, wie kann ich die Warnung unterdrücken, wenn es für zukünftige Erweiterungen geplant ist, weil ich halt auch einmal irgendwie die Kommandozellenparameter verwenden will und nicht nur die Anzahl der Kommandozellenparameter. Dann kann ich das mit einem C-Kommentar im Prinzip die Warnung unterdrücken und Splint quasi sagen, hoppala, das wird in Zukunft möglicherweise doch verwendet werden. Oder eben mit diversen Kommandozellenparametern, minus Anoretschirbel, minus Param-Use, etc. kann ich das ganze Ding unterdrücken, die Warnungen. Das sind hier nochmal die Ausgaben. Und das sind wirklich Ausgaben, die helfen mir weiter. Wenn der Hinweis kommt, hoppala, anstelle von dem AC ist gleich 10 plus 1, ist höchstwahrscheinlich ist gleich, ist gleich, richtig. Das ist das, was eigentlich der Fehler im Programm ist und wo mich die Compiler eigentlich auch darauf hinweisen hätten können sollen. Es hat auch gewisse Härtegrade, wo diverse Checks eingeschaltet oder ausgeschaltet werden können. Und minus minus help gibt auch noch etliche weitere Optionen an. Wo man eben, also das sind jetzt nur die, die sind TopXS zu den Flags, gibt es eine eigene Hilfeseite zu den Modes, eine eigene Hilfeseite, etc. Also es hat sehr viele Möglichkeiten, Checks ein- oder auszuschalten. Und es kommen in der Regel wirklich brauchbare Warnungen heraus. Ein weiterer C- oder C++-Code-Checker ist CPP-Check. Hat auch diverse Warnungen, die er ausgeben kann oder soll. In der Regel verwende ich einfach EnableAll, alle Warnungen ausgeben. Wenn ich den da ausprobiere. CPP-Check. All. Nein, Punkt C. Ja. Also der hat auch nichts gegen C. Der hat auch nichts gegen C. Der hat auch nichts gegen C. Der hat auch gesagt, okay, machen wir uns den Plus Plus Plus. Nein, nein, im Prinzip ist es neu zu. Jedes C-Programm auch einigermaßen, ich weiß, es gibt gewisse Ausnahmen, aber in der Regel kann man damit auch C-Programme einigermaßen checken. Ja, also das eine ist eben, hoppala, nach dem Return brauche ich kein weiteres Statement hinschreiben. Und das andere ist im Prinzip, ja, er hat nicht alle Include-Files gefunden, da kommt da später gleich noch ein Beispiel dazu. Cpp-Check hat auch den Vorteil, man kann es quasi im Prinzip angeben, wie einen Compiler. Ja, klar, er kompiliert nichts, er linkt am Schluss auch logischerweise nichts, wenn er keine .o-Files erzeugt. Aber im Prinzip, man kann quasi beim Make-File angeben, hoppala, ich verwende Cpp-Check als Compiler und kann dann quasi das Programm normal durchkompilieren. Und die Include-Files, die mit "-i", etc. angegeben werden, also wo er halt die Include-Files finden soll, die werden automatisch dann durchprobiert. Und ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel, WX-Maxima, ein Programm, wo ich ein bisschen mitprogrammiere. Es ist eine grafische, genau, es ist eine grafische Oberfläche für das Computer-Igumann, also System Maxima. Also hier sind noch jede Menge Warnungen drin, ich sage es gleich, so ist gleich all. Ich schalte in der Regel immer alle Warnungen ein. Ja, und was man hier sieht, im Prinzip, was er auch noch macht, ich unterbreche das hier einmal, was sehr nett ist, er prüft für die Programme sämtliche Defines durch. Also hier ist etwas, ist WX, OSX, Mac definiert oder nicht definiert, etc. Das heißt, man kann das Programm auf diese Art und Weise mit allen möglichen Define-Kombinationen schnell einmal durchchecken. Und sonst entwickelt man schon gemütlich unter Linux dahin. Und irgendwo hat man eine Variable zum Beispiel nicht definiert, wenn Windows definiert ist, also WX, MSW. Wenn das definiert ist, dann könnte man da im Prinzip einen Fehler einbauen, den man so im Test unter Linux praktisch nicht findet. Oder eine Spezialität unter SunOS oder wie auch immer, wenn das Makro halt irgendwo definiert wird. Und das prüft wirklich sämtliche gesetzten Makros durch, die da im Programm verwendet werden und auch alle Kombinationen. Und wenn man das Ding dann durchlaufen lässt, da kann man dann wirklich irgendwie, also es gibt dann noch die Möglichkeit, ich glaube, ich prüfe bis zu zwölf Kombinationen standardmäßig und man kann nur mit Force quasi wirklich alle Kombinationen durchgehen. Das dauert dann halt irgendwie doch etwas länger, also länger als das Kompilieren selber. Aber man bekommt sehr schnell irgendwie die Warnungen, die man haben will. Also ich bin jetzt da bei 10% und das würde dann noch eine Zeit lang dauern. Ein kurzes Beispiel dazu kommt noch. TPP-Check kann auch mit XMLs die Ergebnisse als XML-Datei rausschreiben und dann einen Report als HTML generieren lassen. Das WXMSV, gibt das mehr Warnungen als TPP-Check? Ja, das ist ein Makro, das definiert ist. WXGTK, WXOSX etc. Da sind in M, ich nehme jetzt nochmal das Ding WXMSV. Das ist einfach ein If-Dev, suchen wir mal noch MSV. If-Defined WXMSV, also wenn Microsoft Windows definiert ist, das ganze Ding ist eine GUI passierend auf WX Widgets. Dann wird eben das Obere ausgeführt und ansonsten wird, also wenn nicht Windows, dann ordnen wir die Buttons andersrum an. Und ja, eben weiter unten noch einmal irgendwie, ich setze irgendwie einmal den Button 1 als Default, einmal den Button 2 als Default. Quasi einfach, wenn wir unter Windows kompilieren oder für Windows kompilieren und wenn wir für nicht Windows kompilieren. Das sind einfach Makros, If-Devs, die gesetzt werden, If-Defined etc. Und die werden quasi von einem CPP-Check automatisch immer alle Kombinationen durchprobiert. Also WXMSV steht für, ob so Windows kompiliert wird. Ja. Microsoft Windows. Ja. Microsoft Windows. Steht eben dafür, wenn man jetzt ein WX Widgets zum Beispiel verwendet. Deswegen das WX. Ja. Also liegt eben an dem Toolkit, das Ding jetzt so heißt. Ich kann ihm auf der Kommandozeile im Prinzip auch angeben, erst einmal welche Makros definiert sein sollen. Dann würde er die anderen Kombinationen logischerweise nicht nehmen oder so. Also da hat man schon Möglichkeiten. Er prüft auch im Prinzip maximal zwölf verschiedene Makro-Kombinationen standardmäßig durch. Das sind zwei hoch zwölf verschiedene Möglichkeiten, weil jedes Makro könnte angeschaltet oder abgeschaltet sein. Zwei hoch zwölf sind 2024. Das prüft ja alle Kombinationen durch. Das dauert schon eine Zeit lang. Und das für jedes Source-File. Aber man kann das eben auch sagen. Ne, ich fahre das erst die Zelle mit Zoll. Aha. Ja, nein, ich hätte nur einmal, und das muss man sagen, das ist natürlich relevant, wenn ich jetzt das selbst ausführe, dann ist es wahrscheinlich, wenn ich alles anmache und mich wirklich davon so schlagen lasse, nicht so gut. Aber das Programm ist halt auch vor allem gut dafür da, wenn man halt eine EI oder sowas hat, was man hinterher benutzt und dann halt da. Ja. Genau, also man kann entweder das automatisch in einer Entwicklungsumgebung verwenden oder eben auch zum Beispiel, wenn man Travis verwendet oder sonst ein CI-System, um das automatisch bei jedem Check-In einmal, ja, um das eben einmal durchlaufen zu lassen und dann sieht man auch gleich die Warnungen. Oder eben, man führt es am eigenen Rechner manuell aus. Ja. Das muss ich sagen, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was die ausgeben. Also tut mir leid. Ja, also viel zum Thema C und C++. Nächstes Ding kennt vielleicht der eine oder andere. Es gibt es als Web-Service Perl-Kritik, wo man eben Perl-Programme testen lassen kann. Gibt es auch auf der Kommandozeile als Binary oder Perl-Programme in diesem Fall. Man kann hier bei Perl-Kritik entweder mit Based, ich mache da mal die Webseite auf. Ach so, was ich auch noch vorbereitet habe, ist ein Beispiel, was mir jetzt bei WX-Maxima aufgefallen ist. Ich habe hier, warte mal, gehen wir mal da zurück. Genau da. Auch das ist eine ältere Version von WX-Maxima eben. Das ist ein Beispiel, was das Ganze gibt. Ist eben irgendwie eine etwas älterer Version. Und was ich hier gefunden habe, ist auch irgendwie so ein nettes Beispiel. Beispiel, ich zeige nur die eine Datei, wo man in C++ checkt, ja, same expression on both sides auf einer oder-Abfrage. Und wenn ich mir das anschaue, was habe ich da gefixt? Ja, irgendwie stand drin, hoppala, wenn eine Variable sd ist gleich dt-sub-sub-section oder, ja, noch einmal dieselbe Abfrage, ist eigentlich ein Unsinn. Das sind gewisse Sektionen, die man halt bei WX-Maxima anlegen kann. Und C++-Check hat mich darauf hingewiesen, dieselbe Abfrage ist zwar richtig, aber nutzlos. Und ich will da möglicherweise auf eine andere Section-Art prüfen. Also auch ein Hinweis, den ich so, wenn ich das WX-Maxima durchschaue, relativ selten finde. Und darauf hat mich eben auch C++-Checken gewiesen. Nur als Hinweis eben, es kommen durchaus sinnvolle, habe ich da auch irgendwie erwähnt, found by C++-Check. Es kommen durchaus nützliche Hinweise raus. Perl-Kritik, man kann ein Perl-Programm uploaden oder ein Perl-Programm irgendwie auf eine Cut-and-Base einfügen und das ganze Ding angeben, also testen lassen. Ich gehe einmal zurück zu die, ups, nicht da. Ja, was habe ich irgendein? Ja, ein minimales Test-Programm. Ich kann das da im Prinzip hier einfügen. Und man sieht auch schon irgendwie im Prinzip, ja, was ich da alles für ein Plötzling gemacht habe. Wir fügen das ganze Ding ein. Analyse my code. Da sagt er jetzt dann, hoppala, ja, blablabla, code structures. Also, ich gehe mal eine Folie weiter. Ups. Wir erinnern uns, die Härtegrade bei Splint heißen Weak, Standard, Jackson-Strict. Wie heißen die ganzen Dinger? Also, Perl-Kritik hat auch so Härtegrade. Wie heißen die da? Ja, die heißen Gentle, Stern, Harsh, Cruell oder Brutal. Also, auf die Art und Weise kann man das Programm dann im Prinzip testen. Ich gehe mal nochmal zu Firefox. Jetzt hat er mit Gentle getestet. Also, ups. Dann war das ganze Ding so. Und wenn man das Ding mit Brutal testet, dann meckert er wirklich relativ mehr an. Also, was ich da nicht alles falsch gemacht habe. Also, Back-Tick-Operator ist obsolet irgendwie. Ich habe kein Strict verwendet. Ich habe keine Warnings verwendet, etc. Also, alles Mögliche. Also, das ist wirklich dann brutal, wie der Name schon sagt. Und ist auch ganz sinnvoll, wenn man irgendwie Perl-Programme durchtesten will. Und das ganze Ding eben entweder als Kommandozeilen-Programm. Perl-Kritik-Test oder eben als Webservice. Was man hier auch machen kann mit gewissen Befehlen, kann man sagen, hoppala, eine Zeile bitte nicht durchprüfen lassen. Oder einen ganzen Bereich. Warum auch immer, nicht Perl-Kritik unterziehen. Ja, wenn man halt irgendwo Code drin hat, der noch nicht so sauber ist und man die Warnungen trotzdem unterdrücken will. Python kenne ich selbst jetzt nicht wirklich so hundertprozentig perfekt. Es gibt auch ein PyLint und auch der PyReverse, etc. Diverse andere Tools, was ich hier oben als Grafik eingebunden gehabt habe. Ich habe den Vortrag auch von einem älteren Ubuntu noch geschrieben, sage ich mal so. Und dann jetzt auf mein Netbook übertragen, das ist irgendwie ein aktuelleres Ubuntu. Ich bin draufgekommen, was ich da erwähnt habe, das PyLint GUI, die grafische Oberfläche, die ich hier oben angegeben habe, also gescreenshottet habe. Die gibt es nicht mehr. Ich habe den Screenshot trotzdem noch drin gelassen, wenn man ein älteres Ubuntu oder was auch immer verwendet, kann man das Ding auch noch installieren. aber ist offiziell von den Entwicklern rausgeflogen. Aber kann man eben... Schauen wir mal. Wir lesen können alles, aber sinnvoll interpretieren wir jetzt nur Perl. Also, worauf zielt das ab? Ich meine, Perl-Kritik ist jetzt für Perl, PyLint ist jetzt für Python, Splint ist jetzt für C und das kommen ja noch dran noch drei und vier andere Programme für andere Programmiersprachen. Für jede Programmiersprache gibt es halt die eigenen Tools, die ich so der Reihe nach vorstelle. Ja, ich habe hier irgendwie so 99 Bottles of Python, ein Beispielprogramm irgendwie erfunden und das Ganze mit PyLint durchgecheckt. Python muss ich zugeben, kenne ich selbst als Programmiersprache kaum. Ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß, dass sie eigentlich sehr beliebt ist und dass man sie dringend mal lernen sollte. Ich bin noch nicht dazugekommen. Daher, ich habe es jetzt nur so ganz kurz erwähnt. Ups, 99 Bottles. Gibt dann eben auch diverse Warnungen aus, was man halt irgendwie alles nicht machen sollte. Jetzt bei diesem Beispielprogramm, das ich hier verwendet habe. Ja. Und die GUI, die ich hier noch drin hatte, die ist eben in der aktuellen Version leider rausgefallen. Also leider braucht es wahrscheinlich kein Mensch. Aber gibt es halt nicht mehr. Shell Check ist auch als Web-Service und als Kommandozellenprogramm verfügbar. Ist wirklich ganz sinnvoll, wenn man sich die Webseite aufruft. Ups, kann man hier eben einerseits Code eingeben. Gibt es solchen. Bösch und ich mache mal Echo Dollar 1. Gibt das erste Argument aus. Oder und er fängt schon an zu analysieren und sagt, hoppala, jetzt machen wir das Ding ein bisschen größer von der Schrift her. Das ist vielleicht besser lesbar. Er sagt schon, hoppala, was soll ich machen? Ich soll das Argument, das ich hier habe, in Anführungszeichen setzen, weil ansonsten könnte der Code, also die Benutzereingabe irgendwie uninterpretiert werden. Der Web-Service hat hier auch diverse Beispiele angegeben, wo man sieht, hoppala, er interpretiert das gleich. Was soll ich machen? Über ls iterieren ist unschön. Ich soll Punkt, Backslash, etc. verwenden, wenn ich das wirklich mache, weil ansonsten eben gegebenenfalls eine Datei, die mit Minus anfängt, als Option für ls interpretiert werden könnte, etc. Also es ist ein sechsteiliges Programm, es ist ein siebenzeiliges Programm und man sieht schon, hoppala, gleich ein paar Fehler eingebaut und wenn man Shell-Code im eigenen Programm verwendet, es kommen durchaus sehr nützliche Hinweise, vor allem richtiges Quoten, etc., die man halt durchaus berücksichtigen sollte. und eben auch die Beispiele, die man hier drin hat. Gibt es da irgendwie mehrere? Ich dachte, da gibt es irgendwie mal mehrere. Laut ein Example kommt immer dasselbe. Okay. Und das ganze Ding gibt es auch als als Null Da habe ich gar kein Beispiel. Aber eben auch als Kommandozellenprogramm, das ich jetzt nur nicht installiert habe. Also ich könnte es da im Prinzip nachinstallieren. Ich gebe zu, ich habe den Rechner, ist dann relativ neu. Was es auch noch gibt, vor allem bei Debian-Programmen, relativ bei Shell-Skripten, die auf Debian ausgeführt werden, relativ interessant ist, ist ein Programm, das nennt sich Jack bei Schissens. Existiert jetzt auch nicht, aber kann ich auch nachinstallieren. Was macht das? Die Shell ist auf den meisten Linux-Systemen die Bash. Bei Debian nicht. Also PIN-SH zeigt auf die nicht Bash, sondern Dash. Das ist eine sehr minimale Shell, die im Prinzip dafür sorgt, ja, ich brauche, wenn ich ein Skript ausführen will, ich brauche keine Möglichkeit, irgendwie mit zurückzublättern zu können oder alles Mögliche. Ich brauche im Prinzip nur Code interpretieren zu können und Debian hat dafür eben eine sehr minimale Shell geschrieben, die halt BOSIX kann, also ein Standard, aber halt nicht wesentlich viel mehr. Und die Bash kann doch einigermaßen mehr und häufig hat man eben ein Shell-Skript, das PIN-SH, das eine Shipping-Zeile hat und dann erwartet, das ist die Bash und Jack Bash-Isms prüft eben auf solche Ungenauigkeiten, die jetzt nicht dem BOSIX-Standard irgendwie entsprechen, aber in der Bash halt interpretiert eingebaut sind. hier auch noch irgendwie eine Webseite verlinkt, die Folie gibt es auch online, auf den Frosken-Seiten verlinkt, wo eben diverse Beispiele gezeigt werden, was in der Bash anders definiert ist, als in der Dash von von Devian oder von der Cornshell ist es auch anders definiert, etc. Latex-Lint-Programme für Nicht-Programmiersprachen, man fragt sich, wofür braucht man sowas für Nicht-Programmiersprachen? Ja, es gibt auch bei anderen Texten, sage ich mal, gewisse Anforderungen. Ich habe hier erst einmal zwei Beispiele für Tech, das eine ist ein Programm. 02-Nack hat das bei mir. Ich habe hier ein relativ kleines Dechtext und was ich hier einbinden kann, ist im Prinzip ein Paket-Nack. Was macht das? Das prüft auf, ich sage mal, da sind orthodoxe und L2-Tabu, ich habe da ein PDF auch noch drin, auf Sachen, die man nicht mehr verwenden sollte, weil es irgendwann einmal in Tech definiert waren und jetzt halt nicht mehr verwendet werden. Was habe ich hier? Zum Beispiel EPS-Fig habe ich drin, inzwischen include graphics etc. Centerline habe ich drin, das ist Tech und nicht LaTeX und wenn ich das Programm übersetze, dann wird das übersetzt, das kommt ein PDF raus, aber eben dank der Zeile, die ich hier eingefügt habe, gibt es eben beim Kompilieren Warnungen aus, BF, ja, es lade ich 209, ist nicht mehr ganz okay, ich soll Text BF oder BF Series verwenden, dasselbe für Italix, Centerline ist Tech, ich soll Center in verwenden, weil das LaTeX ist und moderner, Dollar Dollar ist obsolet, und bitte backslash eckigen Klammer verwenden und irgendwie EPS-fähiges Libricated, ich soll Grafik X dafür verwenden, also gibt durchaus Warnungen aus, die halt darauf hinweisen, dass man eben veraltete Befehle verwendet hat oder sowas. Es gibt noch was Zweites, das nennt sich CheckTech und da nehmen wir auch irgendwie das Beispiel das ich gerade kompiliert habe. Das ist ein Kommandozellenprogramm und das gibt hier quasi auch Warnungen aus, ich habe hier irgendwie ein Kommando mit Leerzeichen beendet, ich soll irgendwie da vor der Klammer doch bitte ein Leerzeichen irgendwie verwenden, etc. Also es ist durchaus sinnvoll, gleich beide Möglichkeiten zu verwenden, sie geben in der Regel andere Warnungen aus und helfen teilweise auch wirklich zum Fehler finden jetzt nicht nur in Programmen, sondern auch bei Markup-Sprachen, wobei man Tech durchaus auch als Programmiersprache ansehen könnte. Was haben wir noch dabei? Ups, gehen wir noch eins zurück. Nach CheckTech habe ich gerade vorgeführt, für RPM-Pakete gibt es RPM-Lint, für DBM-Pakete gibt es Lintian und ich habe auch hier wieder ich habe hier irgendein RPM-Paket von Fedora heruntergeladen und wenn ich das prüfe, kommen auch diverse Hinweise, was der Paketierer hier eben nicht so hundertprozentig sinnvoll gemacht hat. Mainpage sollten komprimiert sein, irgendwo bei der Description gibt es irgendwo einen Tippfehler, das schreibt sich halt Wim Improved mit einem großen M beim Projekt etc. und diverse andere Hinweise, was man irgendwie nicht noch alles machen könnte. Die Lizenz Wim kennt er auch nicht und irgendeine Signatur passt auch nicht. Das Ganze noch für Debian Punkt Punkt 0 8 Depp ja Lintian heißt das Ding in dem Fall. Prüft eben auch die Struktur von dem Debian Paket ob das okay ist und findet auch ja hoppala irgendein Makro in der russischen Übersetzung ist in diesem Fall nicht okay da habe ich irgendwie einen Timestamp drin der irgendwie nicht hingehört im Change Log habe ich irgendwo einen Fehler drin etc. was die oberen beiden jetzt an weißen bedeuten kann ich selbst nicht hundertprozentig sagen. da fehlt bei den Papalflags fehlt Railroad und Position Independent genau ja okay ja okay ja aber eben wie gesagt hat der der einige das Programm paketiert hat nicht berücksichtigt beim Kompilieren des Pakets und deswegen wird das hier dann angezeigt was ich auch noch irgendwie hier erwähnt habe weil ich es gerade letztens gebraucht habe YAML Lint ein Web Service um YAML Dateien auf Syntax Korrektheit zu prüfen die werden zum Beispiel verwendet um für Trevis das CI-System die Eingabe zu definieren ist auch ganz sinnvoll was es auch noch gibt ist zum Beispiel CMAC Lint um CMAC Programme CMAC LIST .dxt Dateien zu prüfen das gibt auch teilweise relativ viele Sachen wo ich sage ja die Einbrückung passt nicht oder irgendwas ist aber auch durchaus sinnvoll weil ja so werden die Codes ist auch schöner wenn man das ganze berücksichtigt etc fürs Web den W3C Validator und CSS Validator können hoffentlich die meisten Webseiten machen und prüfen damit auch hoffentlich die eigenen Webseiten hier und da für JavaScript gibt es JS Lint um den JavaScript Code auf Unsauberkeiten zu prüfen dann sage ich erstmal sorry und danke für den Hinweis also ES Lint sollte man verwenden und das hier nicht mehr und für ich probiere es einmal aus ich kenne es jetzt selber nicht ich habe das JS Lint und auch hier und dran in Verwendung da steht halt nichts von Libric oder so ES was haben wir schauen wir ah ja ok ES Lint ja schauen wir mal ah ok also .org ich sage danke für den Hinweis ich werde das in dem Folie noch korrigieren für PHB gibt es PHB Code Sniffer kann man sich entweder Peer installieren oder auch direkt über das Paketmanagement inzwischen da habe ich wieder ein Beispiel 5 PHB ja ich habe auch wieder ein kurzes PHB Programm und wenn ich das mit PHB CS überprüfe gibt es im Prinzip ja Kleinigkeiten aus was ich hier habe irgendwie ich habe hier Tavolatoren verwendet soll ich dafür nicht verwenden ich habe hier irgendwo nach einer Funktion also also da beim Komma hätte sollte ich im Prinzip ein Leerzeichen einfügen etc und ja ich habe es unsauber eingerückt php php cs kommt auch mit einem Programm php bcf beta code cbf dass im Prinzip die Warnungen die hier oben angegeben sind und mit einer x markiert sind quasi automatisch korrigieren könnte wenn man das Ding dann macht also hat auch wieder endlos viele optionen genau also er hat drei fehler korrigiert und man sieht hoppala er hat irgendwie die Einrückung korrigiert hat das Leerzeichen eingefügt etc also und ein Beispiel da oben hat er irgendwie noch drin gelassen und das ist im Prinzip ja in ein Kommando an ein Kommandar solcher einfügen wo ich hinschreibe wozu ist das Programm wirklich in Verwendung also wozu dient die Datei ja jetzt haben wir alle Programmfehler beseitigt was machen wir als nächstes wir prüfen auf Rechtschreibfehler CodeSpell oder auch Aspell kann man dafür auch verwenden um eben Rechtschreibfehler zu finden ja CodeSpell prüft also es gibt dann halt irgendwie Warnungen teilweise aus nehmen wir mal irgendwo oder ist ein Beispiel vorbereitet kann ich gar nicht sagen habe ich nicht ja ich nehme das C wie was habe ich hier irgendwie Arguments habe ich irgendwie falsch geschrieben oder sowas mit CodeSpell also jetzt EN also für Englisch oder sowas hat er mich darauf hingewiesen hoppala in dieser Zelle soll ich bitte Arguments irgendwie anders schreiben was er hier richtig erkannt hat hoppala ich habe nicht N-Grate geschrieben sondern N gehört zu Backslash N als Zellenumbruch Markierung und wie schaut das ganze Ding aus das prüft einfach nur auf übliche es ist so ein Dictionary dabei auf übliche Vertipper also es ist übliche Vertipper die man halt irgendwie in der englischen Sprache hier unterhat oder so accused irgendwie mit einem C zu wenig schreiben oder accuracy irgendwie mit einem C zu wenig schreiben es ist relativ einfach gemacht aber man findet doch irgendwie relativ einfach übliche Tippfehler raus die sinnvollerweise bevor man die Release macht nicht drin sein sollten das ganze geht auch mit Aspail ich habe hier auch nur irgendwie ein Beispiel und was ich auch noch drin habe also hier kann ich eben einstellen hoppala in welchem Modus bin ich hier so für C oder C++ und ich könnte das Ding mit der Sprache angeben ja und bevor man das Ding released es ist kein wirklicher Fehler aber man sollte auch irgendwie Grafiken optimieren ich habe jetzt zwei Beispiele dabei also der Report was ich da gesehen habe das war Report der von CPP Check mehr oder weniger die Webseite generiert werden kann was ich zu Beginn erwähnt habe neun Bilder was habe ich hier Okula Frostcon Logo Print oder sowas das ist eben das Frostcon Logo für Druck was man sich auf der direkt Frostcon Webseite downloaden kann wenn man eine Broschüre drücken will und das Logo verwenden will die Datei hat so wie ich sie jetzt heruntergeladen habe 860 Kilobyte wie kann man das Ding optimieren ist im Prinzip quasi P-Goscript dabei PS to PDF also ich fange mit einer Post Datei an ist zwar nicht der Fall aber ist egal Frostcon und schreibe ich minus o a.pdf oder so aha ok also nur das schreiben wir so optimise.pdf und was hat der gemacht der hat aus dem 860 Kilobyte großen PDF hat optimise.pdf generiert und das sieht im großen ganzen gleich wie das andere so kann man doch etwas optimieren eben somit ich habe hier noch ein Logo frostcon logo .bng ja das ist hier das Logo ups ist klein geraten ja also es ist ein BNG BNG Datei und auch die kann man mit mehreren Programmen ich habe hier genannt opti-png png crash png quant es gibt mehrere kann man eben auch optimieren auch die Datei habe ich direkt von der frostcon Webseite herunter geladen hat jetzt 5 kb na gut das geht so einigermaßen aber noch opti-png ist ja auch auf einmal um 22% kleiner und ist im Prinzip dieselbe Datei wie vorher also es wird optimiert indem gewisse Kompressionsparameter geändert werden möglicherweise werden auch diverse kann man ein paar Bits einsparen weil die weiße Farben nicht verwendet werden etc und auf diese Art und Weise schrumpft die Datei von 5,5 Kilobyte jetzt also die kleine Datei auf 4,2 was auch nicht so schlecht ist sollte man eben auch machen bevor man sein Programm ausliefert oder eben seine Webseite ins Web stellt ich glaube damit bin ich auch schon einigermaßen am Ende und die Zeit habe ich eh schon überzogen oder wie na ja es gibt noch viele weitere Online Services es gibt noch viele weitere Programmiersprachen die ich hier nicht erwähnt habe einfach einmal im Web suchen nach Lieblings Programmiersprache und Lint oder Lieblings Programmiersprache und Checker oder Validator man findet für sehr viele Sprachen was wo man im Prinzip sagen kann hoppala das ist doch eine sinnvolle Erweiterung um Fehler Unsauberkeiten im Programm zu finden und es kostet nicht viel also es ist man kann das Ding automatisch nach jedem Check-In von Previce oder was auch immer durch ausführen lassen und man sieht auf einmal Fehler wie ich hier das mit WX maximal gezeigt habe wo man sonst relativ schwer drauf kommt also einfach solange kein User was Mac hat das irgendwo bei einer gewissen Überschrift nicht funktioniert kommt man nicht drauf dass links und rechts vom oder dieselbe Code steht Senkt das Opti-PNG den Dateispeicher bedarf immer um den selben Anteil Opti-PNG es gibt auch diverse Möglichkeiten also erst mal gibt es diverse Optimization Levels von Minus O Null wo einfach nur gewisse Versuche macht oder so bis Minus O Sieben wo 1080 Versuche macht welche Parameter für die Kompression jetzt wirklich sinnvoll wären ist hier auch das wäre slow angegeben und man kann eben noch diverse andere Sachen einschalten oder ausschalten dass ich sage keine Bit Tiefen Reduktion wenn ich sage das soll unbedingt wieder 24 Bit per Pixel haben oder so würde er gegebenenfalls auch reduzieren wenn weniger Farben verwendet werden oder er soll diverse Sachen halt nicht machen oder so also ich kann ich im Prinzip auch einen Report ausgeben jetzt habe ich das Ding schon ausgegeben ich probiere es mal mit minus O7 ob da was anderes rauskommt ja also er probiert einfach diverse Kompressionsparameter durch um zu schauen ist das Ergebnis kleiner wenn ja wird das als aktuelles Bild genommen wenn nein wird das verworfen und er probiert den nächsten Parametersatz durch und eben wie man sieht am Schluss er probiert im besten Fall 1080 mal das Bild auf verschiedene Weisen zu komprimieren und nimmt das beste Ergebnis kann variieren hier in diesem Fall nicht in diesem Fall ist optimist das heißt das Bild ist schon optimiert habe ich schon einmal gemacht und der findet da keine bessere Kompression jetzt in diesem Fall aber wenn man eben diverse Bilder vor allem auch auf Webseiten oder so hat ja man spart eigenen Traffic ein und die User können die Webseite auch schneller laden weil sie nicht so riesengroße Bilder laden müssen ja ich glaube das war die letzte Folie von mir ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit wenn es noch Fragen gibt kann man vielleicht noch eine oder andere Frage beantworten ja du hattest gesagt dass man mit Checkbeschissims die ah super und zwar du hattest gesagt dass man mit Checkbeschissims diese Beschissims anzeigen lassen kann das macht Shellcheck auch es gibt die auch aus wenn man BINSH macht und dann Bash oder ZSH Features nutzt die Einzeltisch ist halt nur dass Checkbeschissim sich halt darauf fokussiert und der Fehler ist halt auch oft dass Leute Bash Features nutzen und eigentlich die falsche Schiebengen anhaben die denken es ist eh die Bash und installiert man das Ding auf einem Debian System und da ist BINSH eben nicht die Bash Dann wissen die aber nicht was BINSH ist weil BINSH nur POSIX Shell und aber die Leute wissen halt nicht was ist jetzt wirklich BOSIX Standard und was ist in der Shell drin die ich jeden Tag verwende also RTFM ja also gibt auch du hast noch andere Shells man kann auch die Z-Shell oder was immer als Standard Login Shell haben oder so ist auch einigermaßen kompatibel hat auch diverse andere nette Features aber ist eben auch nicht 100% Bash also und Jack Bash is 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 wirklich is es wirklich Code der in der Bash erlaubt ist wird der in nicht also in in SH Skripten auch verwendet ja und Shellcheck findet eben auch noch relativ viele andere Hinweise wo man auch bei existierenden Programmen sehr schnell dahinter kommt was man eigentlich wirklich im Normalfall funktioniert aber man sollte die Variable noch quoten und man sollte dieses nicht machen da ist wirklich sehr aufpasst aufzufinden Dankeschön weniger eine Frage nur eine kleine Anmerkung vielleicht noch dass die statische Code Analyse hat ja immer auch Beziehungen sagen wir mal zu Code Standards wie programmiere ich eigentlich und dazu nur vielleicht also das allererste Beispiel was du gebracht hattest mit diesem C Programm wo eben dieses if AC gleich 10 plus 1 da gibt es zum Beispiel auch diese Code Standard Empfehlung dass man sagt wenn ich also einen Vergleich habe mit einem konstanten Wert dann tue ich den konstanten Wert auf die linke Seite wenn da also steht if AC gleich 10 plus 1 gleich AC dann wird das als Syntax Fehler auffallen und wie gesagt die Frage mehr so dieser Hinweis dass natürlich dass das schon super interessant ist weil eben es auch immer die Frage ist welche Coding Standards will ich eigentlich verfolgen und so was und wäre sicherlich auch mal interessant in so einem Vortrag danke ja ich habe das hier bei phpcs da kann man da kann man auch diverse Coding Standards angeben wo eben zum Beispiel jetzt wenn ich für Pia programmiere oder was auch immer dann ist einfach ein gewisser Coding Standard mehr und da gibt es eben diverse vordefinierte Coding Standards jetzt für php die die einen projekte oder anderen projekte im Prinzip irgendwie empfehlen verwenden vorschreiben wünschen und die kann man dann im Prinzip angeben bitte prüfe das da geht es auch hauptsächlich so um Einrückungen wie tief ist ein Rücken etc und da sind eben gewisse Standards vorgegeben wo man sagen kann hoppala ich probiere jetzt dann für PIA und dementsprechend soll ich mich dann im Prinzip an den Standard halten etc wir haben noch Zeit für eine Frage Gibt es denn überhaupt irgendwas was von der Funktionalität her die Bash ersetzt die Bash ersetzt also wenn man Bash ist ein sehr nützliches Mittel oder Shell allgemein PowerShell oder cmd.exe wenn man schnell was zusammenhacken will ist Shell sicher eine sehr feine weil immer vorhandene Programmiersprache man lernt sie auch relativ einfach wenn man direkt eingeben kann wenn man umfangreichere Programme schreibt wird man irgendwann mal wahrscheinlich auf Perl Python oder was auch immer irgendwie ausweichen Harald König hat auch ich glaube wieder zwei Vorträge gemacht zum Thema Shell wo er wirklich zeigt was mit Shell alles möglich ist also kombiniert einfach die Möglichkeiten die Features dass der Unix Kommando Cellentools sowieso und kann die eben zu einem Programm zusammenfügen ja wunderbar Dankeschön vielleicht einen Applaus 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 Applaus